jo meine freunde willkommen zu den besten level glitch heute geht es darum ob ich heute mal richtig geil zeigen richtig schnell leveln kann und zwar geht es darum ihr müsst diesen spielmodus nehmen was ich genommen habe links nochmals eingeblendet video beschreiben nochmals eingeblendet wie den ganzen spielmodus heißt und man steigt richtig schnell auf ich bin in einer stunde nur ungefähr 14 levels aufgestiegen das liegt einfach daran ich bin über 100 über 100 heißt da man braucht mehr punkte und es ist blöd zum beispiel im grund beispiel ein kollege von mir ist ein abonnent sein kollege war jetzt noch auf 41 ist eine stunde fast 40 levels aufgestiegen eine stunde schafft keine mission diesen klitsch hier ist der beste auf youtube auf jeden fall nutzen aus zwei fährt er ungefähr dahin wo ich jetzt hinfahre und zwar links zwei helikopters rechts ein helikopter tut euch absprechen wer werden helikopter nimmt wenn ihr aber nächsten spielmodus wieder startet seid ihr auf die andere seite das heißt ihr nehmt einen linken helikopter dein freund nehmt den rechten helikopter so macht ihr das und zwar ist es sehr wichtig ihr müsst so ich versprochen habe genau richtig gut fliegen können ihr müsst über die zielscheibe ist eigentlich dazu immer fliegen können ungefähr so macht ihr das okay so nicht mehr ungefähr so nein ungefähr so jetzt gerade macht er richtig viele punkte es gibt ungefähr drei punkte in diese drei punkte der zielscheiben müsst ihr euch absprechen das heißt hat euch ein freund schon zwei punkte ja immer noch nicht ein punkt einfach daran ihr besser fliegen könnt gerade so ungefähr wie ich bei mir hat es ja ewig gedauert bis ich den ersten punkt gemacht hat ein kollege hat schon erst punkt gemacht und hat als den zweiten hier schon das muss er auf mich warten weil ich habe noch keine zwei punkte das ist sehr wichtig euer freund soll warten bis ihr auch zwei habt zwei zwei steht ja dann einfach absprechen wer gewinnt soll der gewinnen muss lassen etwas vorsprung mit punkte machen habt ihr das gemacht fliegt wieder hin holt durch den koffer das war es auch eigentlich von mir meine freunde der klitsch ist richtig kinderleicht wie gesagt bitte nur mit zwei freunde machen nicht mit zu dritt zu zehn und 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 so weiter ihr wisst was ich habe ich meinen über einen daumen nach oben wird mich noch mehr freuen hoffe ich schaffe mir in diesem video 200 likes haut rein tschau euer chris tschau